Auch jetzt muss ich noch immer zittern, ob der Palm jetzt mitteilen wird, ob es ein kommendes Sommersemester wieder geben wird. Wir wollen alle ein bisschen mitzittern. Ich habe jetzt gar nicht überrissen, dass das eigentlich ein Appell ist zu applaudieren. Sehen Sie, so bin ich, also ich merke gar nicht, dass das eigentlich ein Appell ist. Oh Gott. Fettberg sind die Leute, Fettberg selbst. Ja? Ja, ja. Ja, mhm, mhm. Damen und Herren, Schwestern und Brüder. Nun ist diese Sehnsucht, einzutreten in den Zustand der Nichtkatastrophe, eine große mütterliche. Also das heißt, wir sehnen uns dann wiederum nach der Mutter, wenn eine Katastrophe eintritt. Zum Beispiel, ich glaube, ich tät heute noch, wenn wir erschreckten Mama schreien. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es sein. Und eine der großen Darstellerinnen der mütterlichen Idee ist Frau Prof. Hilde Sochor. Ja, danke. Liebe Frau Professor, Eierlikör oder Frukhard? Danke, ich habe schon so gebrennen. Aber wenigstens ein Stück Wasser haben wir, Schluck. Jetzt haben wir wieder kein Wasserglas. Kein Wasserglas, macht nichts. Lieber Robin, wir nehmen einfach ein Wasserglas. Ich werde halt nur, wenn ich trocken werde, weil ich so eine Luft herinnen soll. Danke. Trockene. Danke. Danke. Auf der Wohl. Danke, dass Sie. Samstagabend hierher. In der Tat, man wird trocken. Es ist auch einer der Punkte, ich habe nämlich, bevor wir zum Plaudern anfangen, vier grundsätzliche Problemkreise, die ich mit Ihnen erörtern möchte. Ich habe mir das aufgeschrieben. Der erste Problemkreis ist also folgender. Es geht um die Problematik der Lagerung von Erderfüllung in beheizten Wohnungen. Wie lösen Sie diese Problematik? Na, ich esse weder Erdäpfeln, weil die machen dick und das Gemüse, eigentlich, ehrlich gestanden, ich lebe allein jetzt. Ich mache nur so tiefgekühlte Backel auf, wenn ich zu Hause bin. Oder ich gehe ins Kosthaus. Da sind wir schon beim zweiten Problemkreis. Aha. Genau. Nämlich, der zweite Problemkreis ist die Rhythmusproblematik der nachtagierenden Persönlichkeiten. Der nackt oder Nacht? Ich habe jetzt nicht verstanden. Der, 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 der macht, der nachtaktiv, der nachtaktiv, also zum Beispiel Schauspieler. Ja, da gehöre ich dazu, meinen Sie. Da haben Sie schon geliebt, dass das nicht nacktaktiv war. Also das bitte bei nachtaktiv fühle ich mich betroffen. Wie lösen, also sagen wir, ich zum Beispiel nach so einem Abend möchte ich mich wo hinsetzen und viel Erdäpfeln essen. Sie sind aber sehr bescheiden. Wenn Sie mit Erdäpfeln, essen Sie so gern Erdäpfeln? Und was dazu? Na ja, viel. Aber Hauptsache es sind Erdäpfeln. Also, Erdäpfeln. Jetzt begreife ich viel. Ja. Aber sehr geehrter Herr Professor, jetzt spielen Sie Theater, Sie sind im Volkstheater engagiert. Da ist ja sozusagen alles, alles, alles in sozusagen Ihr gesamtes Bewusstsein, das ist ja alles in einem ungemeinen Aufruhr. Und jetzt wollen Sie zu sich kommen wieder. Und am besten kommt man doch beim Essen zu sich. Oder ist das ein Grundirrtum von mir? Na ja, ich schaue sehr gern. Leider, muss ich sagen. Na, nach der Vorstellung, nein. Ja, das ist halt der Jammer bei unserem Beruf. Die Art der Vorstellung, jeder Arzt oder jeder, der Ihnen eine Diät gibt, solche Berge, Diät. Wenn Sie was brauchen, können Sie mich anrufen. Na, wegen Diät. Ja, aber meine Tochter, wie sie noch kleiner war und die Jünger hat mir so eine ganze Mappe gemacht. Und da steht vorher, da hat sie so ein Mandel und Hinzeichen zu und dann steht nachher und hat sie so. Ja, ja, ja. Das habe ich nie geschafft. Aber jedenfalls, überall steht dann ja, also am Abend nichts mehr essen. Na ja, machen Sie das, wenn Sie beim Theater sind. Ja, eben. Das geht ja nicht. Aber jetzt gibt es in Wien, also ich ersehne Folgendes, also ich gehe ja immer am Westbahnhof in diesem Speise so essen. Der ist groß, hell, da sind Tische im Saal, da ist keine Musik. Das ist am meisten Sinn ein Großes. Ja, aber da sind halt... Tische im Saal. Da kann man sich halt hinsetzen, ne. Und dann kann man in aller Ruhe bestellen. Also eine Stadt mit 1,7 Millionen hat sozusagen nach Mitternacht de facto nicht mehr Frittierbuden. Nirgendwo, nirgendwo, wo sich wer hinsetzt und Erdäpfchen kocht und, wissen Sie, kocht die Erdäpfchen. Das ganze Leben platzt sich bei Ihnen und bei Erdäpfchen. Ja, wenn ich Erdäpfchen... Ja, ich ersehne so einen großen Saal mit einem Speisesäu, mit so einer Art paradiesischen Schlaraffenland. Mit Erdäpfchen. Mit viel Erdäpfchen. Und das gibt es nicht. Gehen Sie dann heim kochen, oder wo gehen Sie... Nicht wahnsinnig, dass ich noch koche noch. Na, aber wo gibt es noch was zum Essen? Na ja, so spät sind ja die Vorstellungen nicht aus. Also man rennt schon noch, wenn man will. Ja, aber... Aber man kann ja auch was im Eiskasten haben, was kalt ist. Nein, wenn man was da rennen muss, ist es schon nichts. Also, ich meine, man muss einmal hin, da brauche ich einmal eine halbe, dreiviertel Stunde, bis die Aura auch da ist. Ja? Und erst dann... Ja. Verstehen Sie mich? Also, wie sind Sie akkommst... Da müssen Sie sich die Aura früher bestellen, dass die Kräuter sind. Da sind Sie sofort, ne? Ja, also Sie, Sie schaffen das mit rennen. Also Sie... Nein, natürlich renne ich nie. Ich esse auch nicht nach jeder Vorstellung. Im Gasthaus, erkennen Sie unsere Gagen, gell? Ja, aber... Nein, nein. Ja, aber daheim, also es ist ja so, ich is ja deshalb daheim nicht, weil da würde ich den ganzen Kühlschrank aus. Ich würde ja nimmer aufhören zu lesen. Ja, Schauen Sie, Sie leben ja auch allein, ne? Also da sind wir ja... Ich schaue halt dann, dass nicht so viel im Kühlschrank is. Also was ich dann manchmal isse, sage ich, wenn ich irgendwo was hervorziehen kann, oder irgendein alten Ding, weil ich eben schaue, dass nichts mehr zu aus ist. Aber ich bin schon wegen einer Toffelschokolade mit dem Taxi zum Wirschungsstammel gefahren. Naja, meinen Sie schon klar, dessen... Also Erdäpfel mit Chokolade. Danach, die Erdäpfel. Nachher. Nachher. Ja. Und jetzt also sind wir endgültig beim Mutter-Kind-Komplex. Man kehrt immer wieder zurück zu jemandem Weißen, wo man glaubt, der weiß mehr. Fragen Sie einmal meinen Sohn. Ich glaube nicht, dass der glaubt, der weiß mehr. Herr Professor Paulus-Manker. Ja. Haben Sie denn gezwungen, Schauspieler zu werden? Gott behütend. Der wurde von allein. Der wollte nie was anderes. Wir haben überhaupt keines unserer Kinder gezwungen. Wir haben drei Kinder, also ich habe drei Kinder. Mein Mann war also Regisseur, Bühnenbühner Theaterdirektor. Ich war Schauspielerin. Oder bin noch Schauspielerin. Wahrhaftig sind Sie doch. Dann, also meine älteste Tochter ist Schauspielerin. Mein Sohn ist Schauspieler. Und die Jüngste, die hat dann das Einzige gemacht, was eigentlich noch möglich ist, wenn vier Leute in einer Familie beim Theater sind, die macht Psychiatrie. Und hilft es was? Nein, nein, so weit ist sie noch nicht. Also sie ist fertige Ärztin und macht jetzt die Facharztausbildung und zwar. Aber sie hat sich entschlossen, Kinder- und Jugendpsychiatrie zu machen und da rutsche ich schon durch. Ja, und daher gibt es in Ihrem persönlichen Leben so einen Mutterkomplex-Problemkreis? Gar nicht so wirklich. Ja, ich weiß jetzt nicht, was Sie unter dem Komplex verstehen. Also, es ist so, ich verehre ja Annie Rosa, Therese Giese, Adelis Sandro. Ja, mich wundert das so. Also, ich meine, langsam wird man ja unheimlich, weil Sie reden von lauter Tode. Also, ich habe ja irgendwo gehört, wenn Sie irgendwo auftauchen, ist es bald Schluss mit der Serie. Ja? Ja, ja, das stimmt. Aber da stirbt zum Glück nur die Serie. Das möchte ich wirklich nicht. Wie viele Jahre geben Sie dem Theater noch? Hat das Theater eine Zukunft? Das Theater hat bestimmt eine Zukunft. Aber wird es nicht immer ein bisschen fahrter, das Theater? Naja, schauen Sie, mich dürfen Sie nicht fragen, ich bin ja eine Insiderin. Wenn ich ins Theater gehe, ist man fürst und ist fahrt. Ja, ja, das kann ich schon begreifen. Also, ich gehe auch nicht so viel. Aber ich meine... Wie ich schon vor drei Jahren in dem Buch des Sparvereins, des Tausendjahres Sparvereins, ausgeführt habe, ist es viel schöner, hinter der Bühne als vor der Bühne zu sein. Naja, es ist natürlich so, dass man, wenn man ein ganzes Leben lang, und bei mir wären es jetzt, glaube ich, 46 oder 47 Jahre, immer mit Theater zu tun hat, dann braucht sich das ja auch irgendwo ab. Also, ich gehe natürlich schon, wenn etwas besonders Interessantes ist, oder wenn ich in Berlin bin zum Beispiel, und gehe in die Schaubühne, aber es ist einfach nicht möglich, in Lien immer an allem teilzunehmen. Allein, wo da schon so viele freie Gruppen sind, und dann denke ich mir, nein, du musst ja eigentlich gehen. Das ist was anderes, wenn es zum Beruf gehört, wenn es ein Pflicht ist, ins Theater zu spielen. Sie haben im Theater in der Drachengasse ja einmal auch mitgespielt, da wurde eine Videoaufnahme. Ja, das war nicht, da habe ich nicht mehr hingebracht. Aber das war so wunderbar, und ich glaube auch, das zeigt auch, wie dieses Filmen und Videoten und so weiter das Theater ein bisschen ablöst, und man könnte diese Räumlichkeiten dann vielleicht Nutz bringen und anders verwerten. Als Erdäpfelköhler gewollt. Ich habe nämlich da noch jede Menge Problematiken. Und zwar, was habe ich denn da ganz dringend? Die Hilde Kral lebt noch. Ja, frei lebt. Weil wir nämlich an einem Hildeabend arbeiten. Ich habe mir schon gedacht, wie Sie von der Hilde Spiel geredet haben. Aber wieso die Dorothea Neff dazukam, weiß ich nicht, weil die hat Dorothea gehalten. Aber die hat, die Dorothea Neff hat in der Familie Leitner immer das Wort Horror so schön ausgesprochen. Also, das war super, ja. Und ich bin ja gestorben, wenn die das Wort Horror. Es ist ein Horror. Und dann haben wir gedacht, wir machen einmal Jane Tilton, wäre auch noch für so einen Hildeabend geeignet. Wie heißt der denn? Hilde heißt der Jane? Ja, aber Jane und Hilde. Aber Tilton, wir lassen jetzt das T und das H weg und das hin und dann haben wir dann der Hilde. Ja, aber halt, ich habe da, also Hilde Alexander, also es gibt eine Reihe von Hogen. Ja, mit der habe ich gespielt. Die Hilde Gahl von Bingen. Ja, da gespielt mit der Hilde Alexander. Da hieß sie noch, da war sie noch nicht verheiratet mit ihm. Die hieß denn, die Hilde Bernd oder so, ich meine. Ja. Das war schon sehr lange her. Könnten Sie sich anrufen, ob sie bereit wird zu einem Hildeabend? Ich glaube, sie kann sich gar nicht erinnern. Ach so. Ja, da war die Abend. Na ja, aber Hilde Socher. Na ja. Schon. Und jetzt müssen wir uns noch fotografieren lassen. Ja, bitte. Ah weh. Das ist für mich wichtig. Na freilich, für mich ja auch, Joffe, ich kriege ein Bild. Schickt sie einem die zu, oder? Darf ich sie Ihnen zuschicken? Ja? Ja, Sie müssen. Ich muss, ja? Nein, müssen kann ich nicht sein. Nein, nein. Aber ich denke nicht rein, wenn Sie mir das schicken. Würden Sie dem Robb in die Adresse geben? Ich schicke es Ihnen morgen zu. Gebe ich mir, ja. Ja. Ich glaube, Sie wollen das, wie ich da steige in Beachtung meiner Enkelkinder, wenn ich mit Ihnen fotografiert bin. Nein, nein, das darf ich nicht weiß. Nein, nein, das darf ich nicht wahr sein. Ja, natürlich. Ich muss eine Dosen schießen zum Wochenaufgang. Was? Dosen schießen zum Wochenaufgang. Ja, das ist ja auch nicht. Ich habe noch nie was getroffen. Aber bitte. Aber jetzt. Ah, ah, ah. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Vielen, 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 vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen, vielen, vielen Dank. Das Theater gibt noch starke Lebenszeichen von Sie. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.